Wie fest hast du dich betrachten, wann dein Rhythmus im Alltag ein bisschen anders ist? Für mich ist das natürlich wie ein normaler Arbeitstag. Jetzt ziehe ich mich für die, die im Büro. Das ist vielleicht eine Umstellung von 1-2 Nachts, wo man Mühe hat, aber wenn man eine Woche oder 2 unterwegs ist, ist das für mich wirklich kein Problem. Das ist eine schnelle Umstellung. Was heisst das für deinen Lebensrhythmus? Wann gehst du schlafen? Wann isst du? Wann triffst du Familie und Freunde? Ja, da ist man schon eingeschränkt mit Freunden und Familie, das ist ja so. Aber jetzt, wenn man um das Essen spricht, kann man vielleicht sagen, wenn es Mittagessen ist, ist es ja auch die Nacht zu Mittag. Klar, am Nachstieg kannst du nie noch etwas holen, dann musst du auch dabei haben, das ist ja so. Wir stehen an diesen frühen Morgenstunden heute für Arbeiten an? Hier haben wir gestern Schienen gewechselt und heute haben wir noch die Resten Schienen zusammengeschweißt. Das ist ja, das ist ja so. Das ist ja so. Kassierbildchner Vielen Dank.